Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Akedema School, Akedema School, Ak, 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 Akedema School, Mann, äh, Schul-Simulator. Ja, äh, Spiel wird gelangen, ich hab kurz kurz, ich hab ne Aufnahmepause gemacht, ne sehr lange sogar. Äh, das muss ich mal kurz wieder, wo ist es nachgedeckt? Okay, das ist ein unhöflicher Schüler, gut, das kennen wir eh schon. Wir schauen wieder rein hier in dieses wunderbare Spiel mit dem unhöflichen Spiel, hm, unhöflichen Schüler, Mobbing-Vorfall, bla bla bla. Hier staut sich's wieder im Büro vom Schulleiter. Ja, ja, das, das ist, ja. Gut, hab ich noch irgendwelche Aufgaben? Schulerweitung 500, wie viele Schüler haben wir? Nein, kann man noch nicht machen. Äh, das habe ich schon. Vorerst schon Müllcontainer, ja, dann machen wir das mal. Äh, äh, Wollcontainer. Dann forschen wir das mal. Das ist mein Schulrang, ist perfekt. Hm, 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 hm. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir schauen mal nicht bei den Finanzen aus. Ja, das ist gut. Wir haben schon in, in Takt 2, okay. Ja, was, was können wir eigentlich noch bauen? Äh, wir können nachschauen, was wir halt noch kriegen. Was halt bald voll ist, aber wir haben hier schon Schulklassen, die wir noch nicht mal besetzt haben. Jo. Müllcontainer ist schon mal fertig. Äh, platziere Müllcontainer, das machen wir natürlich gerne. Hm, 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 objekte. Gerichte. Äh. Stuhl. Hm, 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 hm. Mülleimer Müllcontainer. Ich habe eigentlich schon, aber ja gut. Machen wir nochmal zwei hin. so und hier läuft auch alles normal jetzt schauen wir mal noch nach wegen berichter okay die verbessern sich schon mal alle ich kann auf jeden fall so gut wie alle als nach sitzend 48 leute berater haben wir drei für jene ist auch gut toiletten ich möchte nicht schauen ob da müllverwaltung abgeschlossen perfekt dann habe ich ja nicht hier schon so gut wie alles was mit diesem spiel machen kann eigentlich schon gemacht das heißt das ist wahrscheinlich auch schon der letzte vorgabe nicht heute aber das letzte sind wir nicht fertig weil so werden noch nichts neues da ist gut ist ja noch early access also ich will jetzt nichts sagen läuft ja eigentlich alles ganz gut bis auf das heute aber ich glaube das ist normal das kann ich nicht wirklich großartig verändern ich frage mich ja wie das nicht geht wir haben ja nicht mehr so viele lehrer oder wenn die zusammengelegt ich habe da werden sogar zusammengelegt ich habe noch so viele schulden wir haben überall zwei lehrer wir könnten theoretisch wenn wir wollen noch ein paar einstellen zum beispiel den in mathe jemanden geschichte mit gern jemanden machen sind wir eigentlich schlecht schauen wir uns ja das an sind eher mehr in sprache sprache schaut schlecht aus bräuchte man besseren sprache lehre wahrscheinlich schon mal sprache so da ist dort gewählt noch immer über kann man eigentlich jetzt schul hat da kann man nicht da dachte ich mir mit dabei da wir könnten noch ein paar hausmeister einstellen und ein paar wachen damit wir hier auch wieder alles kontrolliert haben so gott 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 wenn hier mal heraus gehen dann tag 3 beendet könnten wir vielleicht noch irgendwas researchen was der monitor das könnte man noch machen wenigstens etwas immer ein bloß also von der annahmann und so herja bloß perfekt haben einen gewinn was sehr gut ist ihr könnt dann das bin volle pt ja danke ich brauche nicht mehr ich habe schon alles was der monitor das therapie kann man noch mal machen so dann haben wir viele klassen frei das heißt ist ja nicht gut trotzdem werden die vielleicht nicht ganz reichen denke ich mir könnten da mal bald wieder was bauen als erst mal lassen wir das hier so mal durchlaufen und research schon wieder fertig ja machen wir das dann noch ok Wir picken uns auch mal irgendeinen Schüler raus. Das ist ein Lehrer, das ist ein Betonboden. Ja, okay, 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 okay. Okay. Ist schon Tag 4? Tag 4, Tag 4, Tag 4, Tag 4. Dam, 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 dam. Ich merke nur sick. Dam, 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 dam. Mitarbeitobjekte. Baum. hochschulabschlussurkunde warum nicht krankenbetten klavier eigentlich ist so gut wie alles mhm 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 tag fünf haben wir auch schon dann würde ich auch sagen das das mit der heutigen folge wie gesagt dann meine kürzeren folgen und auf kurz spiel speichern speichern schreiben gut dann wäre das mit heute folge ich sage danke für's televis sehen uns dann beim nächsten mal wieder bis dahin tschüss Untertitelung des ZDF, 2020